Servus, heute geht es um die ganz einfache Frage, wie weit komme ich denn überhaupt mit so einem E-Bike? Ja, die Antwort, die nehme ich jetzt einfach mal schon mal vorweg. Das ist völlig unterschiedlich und zwar liegt das Ganze fast nur an dir. Der Akku bestimmt natürlich, ob es ein 400er ist oder 800er, das Ganze auch mit. Aber du wirst gleich sehen, wie viele verschiedene und wahrscheinlich auch nicht bekannte Faktoren Einfluss auf die Akku-Reichweite haben. Und deswegen gehen wir die im Detail jetzt einfach mal durch. Und wir fangen mal damit an, dass ich euch so ein Akku mal von innen zeige. Wir reden hier grundsätzlich über Lithium-Ionen-Akkus und ob das ein Rahmen-Akku ist oder ob das ein Gepäckträger-Akku ist. Das ist letztendlich erstmal völlig egal, auch ob der von 2015 ist. Also Marken-Akkus, Bosch Yamaha, wie sie alle reisen, die sehen alle ähnlich aus. Die haben also ihr Zellenpack hier drin, 40, 50, 60 Zellen, je nach Größe. Und ganz wichtig auch für die Reichweite das BMS, denn das bestimmt nachher dann die Ladeart und wie gesundheitsfördernd das Ganze gemacht wird. Und das sehen wir dann jetzt auch gleich am Ende nochmal. Für die Reichweite ist das ganz, ganz entscheidend. Die Qualität, also BMS und die Zellqualität. Und das entscheidet wirklich nachher, wie weit und wie lange du damit fahren kannst. Ja, wenn du schon mal Fragen dazu hast, dann schreib das gerne in meine Kommentare. Vielleicht auch deine Erfahrungen, wie weit du mit welchem Akku in welchem Gelände kommst. Und jetzt gucken wir mal auf die verschiedenen Details. Schauen wir erstmal auf die Reichweitenqualität in der langfristigen Betrachtung. Denn eine Reichweite ist ja nicht nur eine temporäre Aufnahme, sondern die wird sich auch über den Zeitraum deines Rades verändern. Und das kannst du ganz maßgeblich beeinflussen, indem du zum Beispiel diese Akkuzellen nicht in eine tiefe Entladung bringst. Also nicht diese letztendlich tödliche Tiefenentladung, sondern eine tiefe Ladung. Die fängt schon so an, wenn du unter 20 Prozent irgendwo bist. Und dann sinkt also diese Zellspannung immer mehr ab. Und wenn die halt an einen gewissen Punkt kommt, dann wäre der Akku sogar tot. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du einen Akku nie nach unten fährst, also leer fährst. Und was auch wichtig ist, sind die Temperaturen. Ein ganz, ganz großer Faktor für die Reichweite ist die Temperatur. Ob du bei 10 Grad plus fährst oder bei 20 Grad plus. Bei 25 Grad schon wieder ganz was anderes. Und das macht schon sehr, sehr viel aus. Das können 20 Prozent sein, die du nachher verlierst. Einfach nur durch Temperaturen. Und das sehen wir gleich nochmal ein Beispiel zu. So, beim Laden. Auch das beeinflusst die Reichweite in dem langfristigen Betrachtungszeitraum. Und zwar dann, wenn diese Akkus, wie gesagt, einmal diese tiefe Entladung, also wenn man die runterfährt. Aber auch, wenn die ständig am Ladegerät hängen würden. Auch das würde die Reichweite auf Dauer einfach beeinträchtigen, weil der Akku ein Stress gerät. Deswegen ist die Empfehlung, immer zu schauen, ob man irgendwo bei 80, 90 Prozent, wenn man das regeln kann, den Akku dann vom Ladegerät nimmt. Damit er nicht ganz oben ist. Und jetzt gucken wir mal auf die Fahreigenschaften. Also das, was du beeinflussen kannst. Da gehe ich jetzt weniger auf diese Punkte ein, wie viel Gewicht du mitbringst. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Und ob du auf Turbo oder Eco fährst. Sondern wir gehen mal auf diese kleinen Punkte ein, die wir haben. Zum Beispiel bei einem 500 Wattstunden Akku. Und da geht es um Themen wie Reifenprofil, Untergrund, Reifenluftdruck. All diese Sachen, die damit mit einfließen. Und da sehen wir einfach sehr, sehr große Unterschiede, wenn wir hier Parameter verändern. Wir haben jetzt hier die Regler, die sind ja relativ weit unten alle. Also ob das jetzt das Streckenprofil ist, die Höhenmeter, die wir da haben. Oder ob das dann ein leichter Gegenwind ist, ob das ein Stollenprofil ist. Und wenn wir da jetzt mal drauf schauen, auf so einen Motor, der hat ja in der Regel 250 Watt. Dann ist ein extrem wichtiger Faktor für die Reichweite die Trittfrequenz. Viele E-Bike-Fahrer fahren mit einem sehr, sehr niedrigen Trittfrequenz. Teilweise von 50, 60 Umdrehungen. Und wir sehen einfach, wenn der Drehzahlsensor, der sitzt hinten am Rad, den sehen wir hier. Wenn der mehr bedient wird, ihr also in einer höheren Drehzahl fahrt und dadurch die Trittfrequenz erhöht, dann habt ihr einfach eine extreme Reduzierung des Akkuverbrauchs. Und ich habe da mal ein Video dazu gemacht, da bin ich mit einem Rad die gleiche Strecke zweimal gefahren. Und zwar einmal mit einer niedrigen Trittfrequenz, in dem Fall links 56 Umdrehungen. Und rechts mit 104, also mit einer sehr, sehr hohen Trittfrequenz. Und jetzt sehen wir hier in dem Beispiel, wenn ich mit einer sehr hohen, natürlich sind 100 Umdrehungen, eine Kadenz ist sehr, sehr hoch, sehen wir einen Unterschied von bis zu 35 Prozent nur alleine durch eine Gangwahl, die einfach höher gewählt wird, dass man also nicht zu gering tritt. Deswegen schaut mal auf euer Display, da gibt es oftmals eine Trittfrequenzanzeige, Kadenzanzeige. Und wenn ihr da irgendwo bei 70, 80 liegt, dann seid ihr da auf jeden Fall im grünen Bereich, je höher, je besser. Nächstes Thema, Reifenprofil. Für ganz viele, ganz unwichtig, habe ich einen Stollenreifen oder habe ich einen Straßenreifen drauf, dann macht das 5 Prozent aus, nur beim Reifenprofil. Wir reden jetzt noch nicht über den Reifenluftdruck, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Bei der elektrischen Unterstützung ist es klar, ob ihr Eco fahrt oder ob ihr Turbo fahrt, das macht natürlich eine ganze Menge aus, das ist logisch. Aber wir sehen ja hier, wie gesagt, bei diesem Profil, das ist auch nicht sehr, sehr bergig. Anfahren, der nächste Punkt. Müsst ihr in der Stadt häufig anfahren oder habt ihr eine durchgängige Strecke? Das macht in dem Fall auch mindestens 10 Prozent der Reichweite schon wieder aus. Und wenn wir jetzt hier mal hingehen und nehmen mal einfach einen größeren Akku, da sind natürlich 260 Kilometer, ja, nur in sehr, sehr flachen Terrain mit wenig Gegenwind und, und, und möglich. Das ist logisch. Das sind jetzt alles hier eher virtuelle Werte, erst mal vom Groben her. Da gibt es ja noch viele andere Faktoren, die da einfließen. Aber wenn wir jetzt hier hingehen und ändern nochmal nur den Untergrund, also auf welchem Boden wir unterwegs sind, dann sehen wir diese extremen Schwankungen, ob das jetzt Beton oder Schotter und auch Sand ist. Auch das hat 10, 20 Prozent im extremsten Falle Abweichungen nach unten. Und jetzt fahrt ihr im Sommer und ihr fahrt nachts im Sommer. Ein kleiner Temperaturunterschied hier von 5, 6, 7 oder vielleicht 10 Grad. Allein das macht schon wieder einige Prozente aus, die ihr beim Akku verliert. Wir sehen jetzt nochmal die erste Übersicht der Punkte, die euren Akku in die Knie zwingen. Wir gehen mal auf den nächsten Punkt hier nochmal ein. Das war also zum einen die Trittfrequenz gewesen und aber halt auch der reifen Luftdruck. Das hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen. Habt ihr zum Beispiel ein Bar zu wenig Luft auf eurem Reifen, dann sind ruckzuck 20 Prozent weg. Auch wieder abhängen, ob auf Asphalt oder auf Sand oder Schotter. Das macht ganz, ganz viel aus. Und das ist einer der Hauptpunkte neben der Trittfrequenz, die wir im Geschäft merken, die halt auch dann aufs Material schlagen. Aber auch der Reifenluftdruck habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, wie die Reifen kaputt gehen. Weil einfach ganz, ganz viele Leute mit zu wenig Luft unterwegs sind. Und das geht halt eben nicht nur auf den Akku, sondern auch auf das Material. Wir werden gleich eine Übersicht sehen der vier wichtigsten Faktoren, die auf den Akku einfließen. Da ist natürlich auch die Geschwindigkeit mit dabei. Aber ihr werdet überrascht sein, was die vier größten Faktoren sind, die den Akku bei euch hier beeinflussen. Geschwindigkeit ist natürlich ein Luftwiderstandsthema. Wenn ihr eure Geschwindigkeit von 30 auf 31 kmh erhöht, dann werdet ihr schon die doppelte Wattleistung dafür brauchen. Also nicht nur 1 Watt Erhöhung, sondern 2 Watt Erhöhung. Das dann proportional und diese Anfahrten, was wir eben schon mal gesagt hatten. Und dann sehen wir hier zum Beispiel bei einem 500er Akku sind wir auf einmal bei 60 km Reichweite, wo wir vorhin noch bei 130, 140 waren. Also ihr seht schon mal die Spreizung, die ist relativ groß. Ja, was könnt ihr tun? Wir kommen gleich noch auf den nächsten Punkt, wie ihr das auch noch reduzieren könnt. Was könnt ihr tun, um halt das Maßgebliche bei eurer Reichweite zu erzielen? Das sind einmal diese Geschwindigkeit reduzieren. Das halte ich jetzt für Quatsch, weil ich will ja eine Tour machen in meiner Geschwindigkeit. Viel, viel wichtiger ist niedrige Trittfrequenzen und Luftdruck. Also das sind die zwei Top-Punkte bei der Reichweite eines E-Bikes. Egal welche Art, egal welches Baujahrs. Und wie ich es eben schon mal sagte, der Luftdruck, der geht halt auch nicht nur auf die Reichweite mit 20% Sonne, der macht euch auch den Reifen kaputt. Also achtet da bitte drauf, pumpt das sehr, sehr häufig auf. Ob ihr jetzt eine lockere Kleidung oder sowas habt, das ist natürlich alles Pille-Palle. Das ist nicht kriegsentscheidend, auch einen zweiten Akku nicht. Aber die vier Punkte sind Luftumströmung, also dieser Luftwiderstand oder auch der Gegenwind. Der macht ganz, ganz viel aus. Der Rollwiderstand durch den Luftdruck und den Untergrund, also Schotter oder dann in dem Fall Beton. Und natürlich auch eine Schaltung, also eine Bandbreite, die ihr habt. Und da ist natürlich eine Kettenschaltung, ob das SRAM oder Shimano ist, das ist ja wurscht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine 7-Gang-Kettenschaltung habe oder eine 12-Gang-Kettenschaltung, weil ich dann die Trittfrequenz viel besser anpassen kann. Und der, der eine Nabenschaltung fährt, der hat auch nochmal Probleme bei der Reichweite mehr, weil da einfach die Übersetzung in der Regel viel, viel geringer ist. Ja, und die Wahl der Unterstützungsstufe, die lasse ich natürlich jetzt mal außen vor, weil das ist natürlich klar, dass das Strom kostet. Du siehst, die Größe ist nicht immer das bestimmende Kriterium, sondern hier sind ganz, ganz viele Faktoren einfach wichtig, die hier einfließen. Ich hoffe, ich konnte dir einen gewissen Überblick geben, um einfach das bei deinen Touren zukünftig zu beherzigen und dann ein bisschen mehr Reichweite rausholen zu können. Wenn es dir gefallen hat, abonnier gerne den Channel, drück unten auf die Glocke, damit dann auch zukünftig die Infos kommen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder.